Wenn ich an morgen denke, was treibt mich an? Wir haben unseren Status Quo infrage gestellt, um eine neue Bayern LB zu erschaffen. Eine Bayern LB, die sich auf das fokussiert, was Kunden in Zukunft brauchen. Die Welt verändert sich. Wir haben für uns eine Antwort gefunden, wie wir gemeinsam mit Leistungswillen unseren Kunden noch bessere Finanzlösungen bieten. Wenn ich an morgen denke, was fasziniert mich? Besonders, dass wir von einer Universalbank zu einer fokussierten Spezialbank geworden sind, die mit tiefer Branchen-Expertise für ihre Kunden da ist. Ich sehe eine stabile und finanzstarke Bank, die ihren Platz gefunden hat. National wie international. Eine Bank im Einklang mit ihrem hohen Anspruch an Leistung, Qualität und Einsatzbereitschaft. Wenn ich an morgen denke, weiß ich, Fortschritt sichert uns allen den Erfolg. Der Weg wird nicht immer leicht sein, aber er lohnt sich. Und am Ende werden die Besten das Ziel erreichen. Wir finanzieren Fortschritt. Bayern LB Ja, ein herzliches Grüß Gott aus München. Willkommen zum heutigen virtuellen Corporates Talk. Mein Name ist Christoph Fischer. Ich bin Bereichsleiter für Energie und Mobilität hier bei der Bayerischen Landesbank. Und ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße sehr herzlich unsere Kunden, die heute die Zeit gefunden haben, uns zumindest virtuell zu begleiten. Ich begrüße unsere Geschäftspartner. Und ich begrüße natürlich auch sehr herzlich unseren teilnehmenden Referenten, zunächst und zuvorderst Michael Schütt, Head of Finance von der Fraport AG und meine lieben Kollegen Paul Kuhn, Head of Debt Capital Markets und Dieter Gretz, Senior Relationship Manager. Sie haben es gesehen im Trailer. Die Bayerische Landesbank hat sich neu ausgerichtet. Wir finanzieren Fortschritt. Wir haben uns eine neue Strategie gegeben. Eine Strategie, in der wir uns sektoral fokussieren. Auf bestimmte Sektoren, namentlich Energie, Mobilität, Technologie, Infrastruktur sowie Maschinen- und Anlagenbau. Das sind Sektoren, in denen wir aufgrund unserer Sektorexpertise und unserer Produkterfahrung und Produktexpertise glauben und überzeugt sind, besonderen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Diese Strategie ist eine Strategie, in der wir uns auf bestimmte Sektoren konzentrieren. Und heute soll es um den Bereich Mobilität gehen, im Speziellen die Luftfahrt und noch spezieller den Airport Business. Bevor wir sozusagen in die Details einsteigen und die Runde eröffnen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass unser Corporate Day, das sehr beliebte Format, dieses Jahr leider aufgrund der widrigen Umstände erneut nicht stattfinden kann. Wir möchten das aber ersetzen durch unsere Corporate Talk, unsere virtuellen Events. Wir hatten bereits im November ein Event, wir haben heute ein Event und weitere Events sind geplant mit sehr spannenden Themen und tollen Referenten. Und wir hoffen, dass wir Sie auch zukünftig über dieses Format für uns gewinnen können und glauben Ihnen auch sehr interessante Inhalte vermitteln zu können. Heute geht es im Spezifischen um Kapitalmarktforschung in anspruchsvollen Zeiten. Wir hatten in unserem letzten Corporate Talk einen Marktteilnehmer aus dem Bereich Informationstechnologie, also eher einem Profiteur der augenblicklichen Krise. Dieses Mal geht es um das Airport Business. Das Airport Business, genauso wie die gesamte Luftfahrtindustrie, ist natürlich durch die Covid-19-Krise schwer getroffen. Und wir wollen heute verstehen, wie die Fraport AG als ein führender Spieler im weltweiten Zusammenhang dieser Krise trotzt, diese Krise meistert und es der Fraport AG auch weiterhin gelingt, sich mit Kapital und Liquidität auszustatten und zu versorgen, um durch diese Krise zu kommen. Insofern freue ich mich sehr auf die Diskussion, die vor uns steht. Und bevor wir das tun, möchte ich noch ein paar Worte verlieren über das allgemeine Marktumfeld. Die IATA hat berechnet im letzten Jahr einen Rückgang des Luftverkehrs von 66 Prozent. Das ist, ich will mal sagen, eine umwerfende Zahl, eine Zahl weit jenseits jeglicher handelsüblicher Downside-Szenarien. 66 Prozent weniger Flugverkehr in 2020 versus 2019. Gleichzeitig haben die internationalen Fluggesellschaften knapp 120 Milliarden Dollar an Verlusten aufgehäuft, die zugegebenerweise mehr als ausgeglichen worden sind durch staatliche Hilfsleistungen, aber die dennoch das Ausmaß dieser dramatischen Krise zeigen. Die Situation ist weiterhin sehr herausfordernd für die Marktteilnehmer im Bereich Luftfahrt. Auch 2021 wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr werden. Die IATA sagt voraus, dass auch dieses Jahr der Luftverkehr voraussichtlich global gesehen nicht mehr als 40 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen wird. Und auch dieses Jahr soll es bis zu 75 oder mindestens 75 Milliarden Verluste bei den Fluggesellschaften geben. Sie sehen also, es ist weiterhin ein äußerst widriges Umfeld, in dem die Unternehmen, auch die Infrastrukturanbieter wie eine Fraport AG, sich weiter beweisen müssen. Gleichzeitig gibt es Grund zur Hoffnung. Wir haben eine Vielzahl von hocheffizienten Wirkstoffen und Impfstoffen. Und die Impfkampagnen zumindest in den OECD-Ländern sind klar im Rollout. Dementsprechend gilt es auch, sich zu positionieren für die Zeit danach. Und auch das soll heute ein Gesprächsgegenstand sein. Wir sehen bereits in Asien, dass der Flugverkehr wieder deutlich zugenommen hat. Das wird sich jetzt auch relativ kurzfristig in den Vereinigten Staaten fortsetzen. Und auch Europa wird nachziehen. Die Erholung des Flugverkehrs bezieht sich erwartungsgemäß zunächst auf den privaten Flugverkehr, Friends and Family sowie touristische Reisen. Eine der großen Fragen, die sich stellt, ist natürlich der Geschäftsreiseverkehr. Hier ist die Frage, inwieweit Geschäftsreisende zukünftig noch ins Flugzeug steigen werden. Das werden Sie sicherlich tun. Die Frage ist der Umfang. Wenn meine Zahlen mich nicht täuschen, ist auch für den Flughafen Frankfurt, die ist ein sehr, sehr bedeutendes Segment, vor der Krise 70 Millionen Passagiere, davon 20 Millionen Geschäftsreisende. Insofern auch hier eine wichtige Frage der Positionierung eines Marktteilnehmers wie der Fraport AG für die Zeit nach der Krise. Ja, ich glaube, das soll so ein bisschen sozusagen das Setting geben für das Gespräch. Ich freue mich außerordentlich jetzt auf die Teilnahme von Michael Schütt, auf das Gespräch und möchte dann auch übergeben. Bevor ich das tue, noch zwei technische Hinweise. Wir würden uns außerordentlich freuen, Ihre Fragen auch einzusammeln. Hierzu verwenden Sie bitte den Link, eine Frage stellen, den Sie sehen sollten. Wir sammeln die Fragen während des Livestreams ein und werden versuchen, zumindest eine Auswahl der Fragen am Ende zu beantworten. Sollten Fragen offen bleiben, werden wir das gerne auch im Nachgang versuchen zu beantworten. Darüber hinaus noch ein Hinweis. Dieser Livestream wird aufgenommen und auch danach für die Kunden, die vielleicht heute keine Zeit hatten, teilzunehmen, zur Verfügung gestellt werden. Ja, mit diesen Worten übergebe ich gerne an den Dieter und Paul, an euch. Ja, herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen in der Runde zu unserem zweiten Corporates Talk. Mein Name ist Dieter Graetz. Ich arbeite seit 15 Jahren für die Bayerische Landesbank und bin als Senior Director im Chapter Corporate Finance tätig. Ich werde uns also die nächste halbe Stunde durch das Gespräch führen. Michael, herzlich willkommen an dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst heute. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Die letzten Wochen und Monate waren extrem arbeitsreich. Und ihr wart ja auch letzte Woche erfolgreich im Markt tätig. Und da werden wir ja auch noch zum Zusprechen drauf kommen. In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal nachgeschaut, wie lange wir schon zusammenarbeiten. Das sind jetzt im zehnten Jahr. Und wir haben uns irgendwann mal fürs Du entschlossen und haben besprochen, dass wir auch für die Veranstaltung beim Du bleiben. Nur damit die Menschen draußen wissen, woher das kommt. Ja, vielleicht darf ich dich den Zuhörern kurz zu sehr kurz vorstellen. Michael Schütt hat in Hamburg BWL an der Universität studiert. Seine berufliche Karriere begann er mit einem Trainee-Programm und war dann acht Jahre im Bankensektor als Relationship Manager tätig, also ein Kollege. Im Austausch daran wechselte er in die Industrie und leitete zunächst für drei Jahre das Treasury bei der Kolben-Schmidt-Pierburg AG, bevor er dann 2005 zu Fraport gewechselt ist und dort die Abteilung Finanzen leitet und zusätzliche Aufgaben in verschiedenen Projektleitungen hat, sowie die diversen Finanzierungsgesellschaften im Ausland führt. Bevor ich dich bitte, den Fraport kurz vorzustellen, sehen wir jetzt noch einen kurzen Trailer, um einen ersten Eindruck zu geben. Aus 1еру Teil 3 Teil 3 Ja, Michael. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Also es ist schön, auch im Trailer zu sehen. Es gab auch mal eine Zeit, wo man ohne Maske sich draußen aufhalten konnte. Also das waren die guten alten Zeiten. Hoffen wir mal, dass sie bald wiederkommen. Aber ich wollte euch ja nochmal den Trapport an sich kurz vorstellen. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also Flugverkehr gibt es hier in Frankfurt seit 1924. Also wir haben bald 100-jähriges Jubiläum. Und es werden hoffentlich noch ganz viele Jahre dazukommen. Was viele vielleicht nicht wissen, wir sind nicht nur in Frankfurt aktiv, sondern an über 30 Standorten weltweit. Also von Ost nach West. Wir sind in Xi'an zum Beispiel, das ist dort, wo die Terrakotta-Armee steht. Wir sind in Bulgarien, Warnaburgas. Wir sind in Antalya mit 50 Prozent. Uns gehören 14 griechische Flugketen. Wir sind in Jubiläana, den Hauptstadtflughafen Zürichnien und St. Petersburg. Wir sind in Brasilien an zwei Standorten. Wir haben in Wiener und in Nordamerika haben wir auch verschiedene Standorte. In Frankfurt an sich sind wir so aufgestellt, dass wir vier Segmente haben. Das eine Segment ist das, wo die internationalen Beteiligungen geführt werden. Und die anderen sind Bodenverkehrsdienste und Aviation und das ganze Shop-Geschäft. Was sicherlich in dieser Krise oder in dieser Situation für uns auch kriegsentscheidend gewesen ist, ist unser Shareholder-Hintergrund. Wir sind zu 51 Prozent öffentlich-rechtlich. Das heißt, wir haben 30 Prozent Land Hessen, also etwas drüber, 31 und die Stadt Frankfurt. Also zusammen mit knapp 51 und damit ziehen wir zum öffentlichen Sektor. Das war in dieser Krise wirklich sehr wichtig. Und hat auch die Bedeutung unserer Stellung hier als zentrale Infrastruktur in Deutschland gezeigt. Weil während der Krise hat uns die Bundesrepublik aufgefordert, offen zu bleiben. Also an manchen Tagen wäre es einfacher gewesen, den Laden einfach zuzumachen, weil gar keiner da war. Also das kostet ja auch Geld, die Unterhaltung. Aber durch diesen ganzen Transport der Masken und des medizinischen Geräts, was alles über Frankfurt ging, war das einfach notwendig, die Infrastruktur offen zu halten. Ja, bei der Betrachtung unserer Zahlen muss man einfach mal den Blick nach ein Jahr zurückwerfen. Das Jahr 2019, das war ein Rekordjahr mit über 70 Millionen Passagieren. Mit über drei Milliarden, wir waren bei 3,4 Milliarden Umsatz. Wir hatten über eine Milliarde LTA. Das war ein Rekordjahr für uns. Jeder erinnert vielleicht noch die Bilder aus dem Fernsehen mit den Schlangen im Terminal. Alle noch ohne Maske. Das ist in den guten alten Zeiten. Und da wurden wir geschimpft, dass wir die Prozesse nicht hinbekommen haben. Dass wir es nicht organisiert bekommen, dass die Wartezeiten nicht so lang sind. Von den Zeiten hätten wir im letzten Jahr geträumt. Und ja, jetzt sind wir von Himmel hoch jauchten zum Tode betrübt, wenn man sich die 2020er Zahlen anguckt. Das ist ein Albtraum, wenn man sich isoliert die Zahlen anschaut. Ich sage mal, wenn man zu Halloween jemanden erschrecken möchte, dann kann man diese Zahlen rausholen. Also wir haben, der Umsatz ist knapp halbiert. LTA von einer Milliarde auf eine schwarze Null und knapp 700 Millionen Verlust. Das sind so Zahlen, die sind gruselig. Das war für uns also das schlechteste Jahr. Aber wenn wir nach vorne gucken, gehen wir davon aus, dass sich die Zahlen auch wieder erholen. Im Vorspann wurde ja auch erwähnt, der Businessverkehr. Der wird sich sicherlich nicht so schnell wieder erholen wie der Tourismus. Aber wir glauben, dass der etwas schneller wiederkommen wird. Weil egal, wie man spricht, egal, wo man hinhört, alle sind einfach nur müde und genervt vom Lockdown, vom Homeschooling. Und eigentlich wollen alle nur noch raus. Und man merkt es ja über Ostern, die Diskussion, kaum wird das Ventil aufgemacht und Malle möglich. Weil will alle Welt nach Malle und die Neiddiskussion setzt ein. Daran kann man schon ablesen. Viele Leute wollen verreisen und wir gehen auch davon aus, dass es auch wieder kommen wird. Weil letztendlich die Megatrends, an die wir fest glauben, die auch Teil unserer Zukunftsstrategie sind. Die ganze Globalisierung, der ethnische Verkehr, all das ist ja ungebrochen. Die Menschen, auch der Wunsch, das Bedürfnis zu reisen, neue Kulturen kennenzulernen. Das wurde jetzt nur mal kurze Zeit auf Pause gestellt. Aber der Trend und der Wunsch danach ist ja unverändert da. Ja, soviel zu Frankfurt. Wollt ihr in der Nutshell? Steht noch irgendwas, Dieter? Oder? Nee, steigen wir ruhig in die Fragen ein. Du hast es ja angesprochen. Ihr seid international tätig, unter anderem in China. Wenn ich jetzt mal auf März letzten Jahres oder Februar, März letzten Jahres zurückschaut, hattet ihr eine Ahnung? Wart ihr vorbereitet auf das, was da kommt? Also ich habe vielfach in der Zeitung gelesen, dass einige Industrieunternehmen mit Werken in China, die konnten davon profitieren. Da hat es einen regen Austausch gegeben. Was passiert vor Ort? Wie sind die Infektionszahlen? Wie muss man sich positionieren? Und was bedeutet das für die Produktion an sich? Das war bei uns nicht der Fall. Also wir haben dort in Xian eine Beteiligung von knapp unter 25 Prozent. Und wir haben da einen Vertreter, der da regelmäßig zu den Boardmeetings und zu den Sitzungen ist. Aber da findet jetzt nicht dieser Austausch statt, der innerhalb eines Unternehmens mit einem Berg vor Ort stattfindet. Das war bei uns nicht der Fall. Das, was wir gemacht haben, wir gucken eher auf die Verkehrszahlen. Und wir haben dann gesehen, dass der Asienverkehr in der zweiten Märzhälfte anfing zu schwächeln. Also bis dato konnte sich ja niemand was unter Covid-19 vorstellen. Denn das, was es in der Vergangenheit immer mal gab, also jeder erinnert sich vielleicht noch an Vogelgrippe und ein SARS-Virus. Das gab es ja alles schon. Das ist ja nichts Neues in dem Sinne. Das ist nur, der Unterschied ist nur, dass es damals lokale Effekte geblieben sind. Ich bin jetzt kein Facharzt auf dem Gebiet. Warum es damals nicht schon zu sowas gekommen ist, zu einer Pandemie, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich gehe mal davon aus, dass allen Teilen die Hoffnung da war, dass es einfach nur ein weiterer Virus ist, der irgendwo in Fernost sich abspielt. Aber von dem der Rest der Welt nichts mitbekommt. Insofern haben wir das gesehen, dass die Zahlen runtergingen. Aber irgendwann sind wir dann auch losgelaufen. Kommen wir gleich noch zu sprechen da drauf. Lass uns vielleicht auch noch mal kurz beschreiben zu eurem Geschäftsmodell. Du hast es ja schon angerissen, was da alles drin ist. Wo wart ihr besonders betroffen? Welche Länder waren besonders schlimm? Und vor allen Dingen wichtig, gibt es Hoffnungsschimmer? Also wir haben ja ein Airport-Portfolio und die Pandemie ist ja weltweit, hat ja weltweit eingeschlagen. Das heißt, kein Airport dieser Welt kann für sich in Anspruch nehmen zu sagen, nochmal gerade gut gegangen, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Das ist nicht passiert. Also global, weltweit hat jeder Airport geblutet. Also das war bei uns nicht anders. Also bei uns sind natürlich alle Geschäfte oder alle Geschäftsfelder davon, ich komme gleich zu den Ausnahmen, davon eins zu eins betroffen gewesen. Und die, die darunter nicht ganz so gelitten haben, das war, ich hatte es ja eingangs schon Lehnen und Beisatz erwähnt, war die Fracht, die Logistik. Für die war das Ganze natürlich eine Sonderkonjunktur. Also und das war von daher interessant zu sehen, dass die gesamten Frachtkapazitäten gar nicht ausgereicht haben. Es gab gar nicht genügend Frachtmaschinen, die darauf ausgerichtet waren, die notwendigen Maschinen, die maschinellen Geräte zu transportieren. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass die meiste Fracht wird gar nicht über die Frachtmaschinen transportiert, sondern in den Bellys, also in diesen Frachtkompartments von Passagiermaschinen. Das macht ja die Attraktivität von Frankfurt aus. Wir sind ja im Cargo-Bereich, europaweit die Nummer 1. Und insofern haben wir hier eine riesen Frachtlogistik. Das hat uns geholfen und das stärkt auch unseren Standort heute und insbesondere auch für die Zukunft, dass alle Airlines sich hier im Moment in Frankfurt konzentrieren, weil sie Fracht transportieren können und auch beiläufig noch ein paar Passagiere mitnehmen können. Also die Frachtraten sind durch die Decke gegangen und das trägt sich allein schon durch die Frachtraten und die Passagiere bringen doch ein bisschen Sahne drauf mit. Und die Beratungsaufträge, die sind auch positiv weitergelaufen. Also wenn man jetzt hier im Ausland an irgendwelchen Standorten Beratungsleistung gebracht hat, aber beide Segmente an sich waren natürlich bei Weitem nicht ausreichend, um die gesamten Kosten hier am Standort abzudecken. Ja, wenn wir jetzt nochmal aufs erste Quartal 2020 schauen und uns das in Erinnerung rufen, wie seid ihr da kurzfristig dann im März, April damit umgegangen? Also wir haben ja erkannt, dass die Verkehre runtergegangen sind und haben festgestellt, Covid-19 ist nicht wie SARS, sondern hier droht wirklich was Ernstes. Und wir haben sofort gesehen, wir werden hier unmittelbar und direkt davon betroffen sein. Und das Einzige, was in dieser Situation hilft, ist Cash. Also Liquidität, besser mehr als weniger. Wir haben schon in der Vergangenheit immer sehr viel Wert auf eine hohe Liquiditätsreserve gelegt. Also wir sind mit knapp 1,7 Milliarden in die Krise gegangen. Das war knapp die Hälfte unseres Umsatzes, nur um eine Relation zu nennen. Wenn man sich unseren Systempartner anschaut, der hat einen anderen Umsatz, aber es ist mit deutlich weniger Liquidität in die Krise gegangen. Und wir haben uns jetzt unterschiedlich positioniert und andere Lösungen gefunden. Und uns ist es bisher noch gelungen, alleine auf eigenen Füßen sehr gut durch die Krise zu kommen. Das heißt also, wir hatten einen sehr guten Startpunkt mit der Liquiditätsreserve, die wir hatten. Und haben uns einen Plan gemacht. Wo sehen wir die weiteren Potenziale? Wo können wir noch weitere Liquidität holen? Und die haben wir im Verlauf der Zeit einfach wirklich sklavisch abgearbeitet. Sehr gut. Was hat sich dann in den letzten Monaten verändert? Jetzt von diesem ersten Schreck und den ersten Maßnahmen. Welche Strukturen haben euch dabei geholfen, diese Themen, die Strukturierung auf der Finanzierungsseite vorzunehmen? Also wir sind von unserer DNA her, langfristige Infrastruktur und von unserer Philosophie her, also manche mögen vielleicht sagen Hausbacken oder Hemdsärmelich, down to earth. Also andersrum, wir sind nie den letzten Bodetrends hinterhergejagt. Also es gab ja durchaus Phasen, wo das En Vaux war, sich hoch zu leveragen, Sonderdividende zu machen und sich vom Kapitalmarkt feiern zu lassen. Also solche Modeerscheinungen haben wir nie für uns in Anspruch genommen. Insofern haben wir unsere Strategie, also schon über die Jahre immer weiter fortgeschrieben und die Fuß zum Beispiel auf dem stabilen Kernbankenkreis, auf Einfachheit der Produkte, auf Transparenz, auf Kommunikation. Als die Krise anfing und klar war, was das letztendlich auch für uns als Kreditnehmer bedeutet, da brauchte ich gar nicht lange zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für unsere Kreditverträge oder wo muss ich denn da genau hingucken? Weil es ist uns gelungen, in den letzten Jahren unsere Kreditverträge zu standardisieren. Das heißt, die relevanten Klauseln, es gibt keine Financial Covenants, sind Pari Pass und Negative Fletch, die sind standardisiert, die sind überall gleich. Insofern war es klar, dass an der Stelle gar keine Gefahr droht. Und das rettet einen dann im Hintergrund, wollte ich gerade sagen. Also das schafft für Erleichterung, weil manche Themen, wo man erstmal so eine Kernerarbeit machen muss und erstmal in die Verträge einsteigt, um mal zu gucken und zu analysieren, wo könnten eigentlich Probleme, gibt es hier jemanden, der jetzt vielleicht eine MEC-Clause ziehen kann oder sowas. Die haben wir alle ausgeschlossen. Also insofern konnten wir uns da wirklich auf die Arbeit konzentrieren und unseren Job machen. Also das war schon sehr hilfreich. Und ihr investiert, glaube ich, auch sehr viel in eure Creditor Relations und in die Pflege eures Bankenkreises. Ja, definitiv. Du hattest ja schon gesagt, wir laufen schon bald auf Silberhochzeit zu. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben ja die Kontinuität, also auf der persönlichen Ebene und wir schätzen das auch auf der Bankenseite. Weil das ist immer doof, wenn ein Junior Analyst kommt, dem man erstmal wieder alles erklären muss. Insofern ist das hilfreich, die selben Gesichter über viele Jahre zu sehen, weil man weiß, was man an dem anderen hat. Man kann sehr offen kommunizieren. Man braucht dann nicht irgendwie um den heißen Brei drum herum zu reden. Und wenn einem Sachen gefallen, dann kann man die ansprechen. Und wenn einem Sachen nicht gefallen, dann spricht man sie auch an. Und insofern bewährt sich das in dieser Situation, weil manchmal muss man einfach auch glauben, also wenn man was sagt oder eine Einschätzung teilen. Also wenn man weiß, dass von der Strategie her das Unternehmen, die handelnden Personen, unser CFO ist ja gerade CFO des Jahres geworden, von der Zeitschrift Finance. Also der hat das ja par excellence in den letzten Jahren immer wieder geschafft, also die Prozesse und die Ereignisse zu moderieren und sehr transparent und klar darzustellen. Wenn wir Probleme hatten und da war immer mal was dabei, wo man sagt, das ist nicht gut gelaufen, das kann man besser machen. Das wurde klar angesprochen und das ging wirklich, wie man an der Uhr zum nächsten Banker-Stay war das Thema gelöst. Also das ist in der Form von Analyse, Kommunikation. Man kann gute Sachen ansprechen, aber man darf auch die schlechten nicht unter den Tisch fallen lassen. Und das ist über die Jahre gut, hat gut geklappt. Und das macht sich auch daran deutlich. Wir haben zwei Banker-Stays. Also es gab auch bei uns, ich hatte auch in den letzten Jahren eine Sparrunde, immer wieder die andere. Es gab immer wieder Kostendruck, weil die Airlines die Gebühren, die wir senken wollten, halt zu erhöhen. Aber wo kann man noch sparen? Da kam immer wieder die Frage, brauchen wir denn zwei Banker-Stays? Ja, die anderen machen nur einen und die alle, alle zwei Jahre auch nur einen. Aber wir haben immer drauf beharrt, das ist wichtig und in the long run wird sich das auch auszahlen. Und das hat sich auch bewahrheitet. Also in dieser Krise konnten wir uns da wirklich auf den stabilen Kernbankenkreis verlassen. Also da gab es auch sehr früh die Commitments, auch die Signale, Linien bleiben offen. Wir sehen die Probleme im Sektor. Aber ihr habt in der Vergangenheit gut performt. Ihr habt den stabilen Shareholder-Kreis. Ihr habt ein super Management und wir bleiben bei der Fahne. Also das haben wir unisono von allen gehört. Und das funktioniert eben nur, wenn man über viele Jahre dann zusammenarbeitet. Jetzt müssen wir aber doch noch auf den Kapitalmarkt schauen. Ihr habt ja jetzt eine Reihe von Kapitalmarktmaßnahmen gemacht. Wenn wir jetzt noch mal schauen, welche Alternativen standen euch denn ursprünglich zur Verfügung? Und was war denn anders als sonst? Gab es irgendwelche Stolpersteine oder Unsicherheiten mit Blick auf Kapitalmarkt? Also ich fange mal von der negativen Seite an. Was stand uns nicht zur Verfügung? Das war alles, was Equity oder Equity Link anbetrifft, weil wir kein genehmigtes oder bedingtes Kapital haben. Also dieser Weg geht nur über die HV und die Sonder-HV wollte zu dem Thema auch niemanden. Also insofern haben wir uns da wirklich auf die reinen Fremdkapitalprodukte konzentriert. Wenn man sich den Markt anguckt, ich komme auch aus der Historie. Wir haben Anleihen gehabt oder eine Anleihe, die hatten wir 2019 zurückgezahlt. Eigentlich war unser stärkster Footprint im Schulscheinsektor bilateral und bei den Infrastrukturfinanzierungen bei den öffentlichen Förderbanken. Das war eigentlich so grundsätzlich die Klaviatur, auf der wir bisher gespielt hatten. In den letzten Monaten haben wir erkannt, der Weg auf den Regler rüber zum Eigenkapital funktioniert nicht. Er ist arretiert. Also haben wir uns dann überlegt, dann nutzen wir die Bandbreite dessen aus, was geht. Das eine ist das Commercial Paper Programm. Das haben wir im letzten Quartal des letzten Jahres über 500 Millionen auf den Weg gebracht. Da seid ihr als Dealer mit im Panel. Zyndloan hatten wir überlegt. Als Alternative haben wir für uns zumindest erstmal entschieden, dass wir das zurückstellen, weil das Marktumfeld ist letztendlich auch nicht so danach. Also wir wollten nicht die bestehenden Banken jetzt zum Beispiel in den Zyndloan reinrollen, weil das hätte uns jetzt vom Volumen her nichts gebracht. Also jetzt dann über die Dörfer zu ziehen und Banken anzusprechen, mit denen man sonst in den letzten Jahren nicht gearbeitet hat, wäre eine Variante gewesen. Aber fanden wir jetzt nicht in dem Moment den richtigen Approach. Also insofern haben wir uns darauf konzentriert, die anderen beiden Instrumente, Schuldscheine und gerade eben auch die Anleihe ins Visier zu nehmen und an dem Team zu arbeiten. Gab es da besondere Hindernisse oder was euch da passiert? Also das, was wir natürlich festgestellt haben, ist, dass der Schuldscheinmarkt, ich glaube, wir waren im März einer der letzten, der noch mit einem kleinen Schuldschein, den hatten wir schon vorher auf den Weg gebracht und dann poppte oder kam diese Covid-19-Krise immer stärker in den Vordergrund. Wir haben sie gerade noch so über die Ziellinie getragen. Ich weiß gar nicht, ob nach uns noch jemand gekommen ist. Danach hat sich der Sparkassensektor sehr viel stärker auf die Stabilisierung ihrer eigenen Kunden gekümmert. Das ging nicht nur um den Aviation-Transport-Sektor, sondern der Schuldscheinmarkt war insgesamt in Schwierig. Das war untypisch, weil selbst während der Lehman-Crisis 2009, als alle anderen Märkte nicht funktionierten, war der Markt offen. Aber das stellte für uns auch kein Problem dar. Ja, also wir hatten ja die Anleihe, also haben uns dann darauf konzentriert und die Vorbereitung dazu in die Wege geleitet. Und die hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben dann im August letzten Jahres insgesamt 800 Millionen gemacht für eine Unrated-Adresse. In zwei Tranchen war das schon ein beachtliches Ergebnis aus dem Sprung, das zu holen. Das ist gut gelaufen. Also trotz dieser Themen, die wir da gerade im Logistik- und Aviation-Sektor sehen. Die einzigen Diskussionen, die wir hatten, war dann immer wieder ums Rating. Uns ist natürlich klar, dass der Kapitalmarkt typischerweise doch Ratings sieht. Also wir beobachten das natürlich auch. Früher konnten wir noch sagen, Mensch, guckt euch doch mal eine Adidas an oder eine SAP. Aber mittlerweile wird es einsam um uns herum. Also wir sind da nicht blind, das erkennen wir auch. Und wir beobachten das Thema auch weiter. Aber im Moment sind wir unverändert der Meinung, dass wir kein Rating wollen. Also bis auf Weiteres. Kann sein, dass wir irgendwann den Schalter umlegen. Also von unserer Kapitalmarktausrichtung und Orientierung ist das alles kein Problem. Alle Zahlen sind da. Das ist an uns zu entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht. Also aus dem Stand heraus wird das den Investorenkreis natürlich ein deutliches Erweitern. Weil die meisten Investoren dürfen eigentlich nicht in Unrated. Also die Fonds lassen das von ihrer Politik her nicht zu. Insofern ist das, sagen wir mal, ein kleiner Stolperstein. Aber wenn man es am Ergebnis gerade der letzten Anleihe festmacht, so nach unserem Kenntnisstand war das die viertgrößte Unrated mit 1,1 Milliarden, die extrem gut gelaufen ist. Und wir haben uns dabei auf einen anderen Investorenkreis konzentriert. Die erste war mehr Dach. Die zweite war durchaus mit einem stärkeren Fokus auf den angelsächsischen Bereich. Insofern haben wir da jetzt eine deutlich breitere Abdeckung. Und die hat super performt. Sie hat ein riesen Orderbuch. Also insofern kann man nicht sagen, dass das Rating das gegen den Stolperstein war. Wenn du jetzt noch mal auf unsere Zusammenarbeit schaust in den vergangenen Monaten, welche Unterstützung hast du erfahren? Und wenn wir jetzt mal über den Covid-19-Kontext hinausschauen, was erwartest du denn von der Bank wie uns zukünftig so in diesem Kontext? Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Globalisierung, da habt ihr ja auch ehrgeizige Ziele. Also das, was ich, was wir von unserer Seite wirklich sehr gewertschätzt haben, ist wirklich das klare Commitment zu uns. Also das war, ja wie soll ich sagen, am Anfang, wenn man mit so einer Situation neu konfrontiert ist und dann überlegt, was passiert denn da? Man macht seine Hausaufgaben, aber da freut man sich und schätzt es denn, wenn die Banken von sich aus kommen und sagen, ist okay, wir sehen das. Und wir stehen dazu. Und also die Linien bleiben alle offen. Da musste ich nicht lange telefonieren oder nachfragen, sondern das war ein klares Signal. Und also das ist auch ein Ausdruck der sehr guten Zusammenarbeit, was uns auch in Erinnerung bleiben wird. Also wie in guten wie in schlechten Zeiten. Weil ich weiß damals, es gab ja auch Zeiten, da ging es eurem Haus nicht gut. Das war so zu niemen Zeiten mit Webbank und so weiter. Auch da haben wir immer gesagt, also es gibt mal Zeiten, das ist andersrum. Wir sind nicht die, die jetzt sagen, ihr kriegt keine Anlagen mehr oder sowas, sondern wir sind da weiterhin fair und haben zu unseren Banken gehalten. Wie gesagt, im guten wie in schlechten Zeiten. Und ich denke, das hat sich jetzt auch ausgezahlt. Also das war wirklich ein starkes Signal, das wir sehr gewertschätzt haben. Was dann auch beim Commitment, also nicht nur bei den Worten geblieben ist, sondern auch bei Commitment. Und das haben wir wirklich sehr begrüßt. Was wir für die Zukunft erwarten, also im Moment, heute fragt man sich, wer ist denn Greta Thunberg eigentlich? Wer war denn das nochmal? Also diese Themen sind natürlich mit Hope Schooling, ist ja hier die Future, Friday for Future, die machen jetzt ja nur noch Friday for Future, ist ja komplett in den Hintergrund getreten. Also im Moment fragt da gar keiner mehr danach, weil das gar kein Thema ist. Mein Spaß ist halber, muss man sagen, wir haben unsere CO2-Ziele für 2030 wahrscheinlich in den letzten Jahren auch schon erreicht, aber das ist ein kleiner Spaß am Rande. Nein, wir arbeiten weiter darauf zu. Wir haben ehrgeizige Klimaziele. Wir wollen bis 2030 unseren CO2-Footprint halbieren und bis 2050 neutral werden. Intern haben wir deutlich ambitioniertere Ziele und haben die auch mit Maßnahmen unterlegt. Wir wollen uns an Windparks beteiligen, etc. Wir wollen Photovoltaik machen, alle Flächen, die wir hier zur Verfügung stehen, versiegeln. Und in dem Zusammenhang sind wir natürlich auf weiteren Input aus eurem Haus, denn dankbar. Welche Möglichkeiten ist da in dem Zusammenhang zur Verfügung stehen. Das kann ja über Förderung bis hin zu Programmen, aber auch denn, wenn es weitergeht in Richtung Green Schuldschein, Green Bond, etc. Die Bandbreite ist ja groß. Also noch die Frage, inwieweit ist eigentlich Green Financing relevant? Also bei der letzten Veranstaltung sagte mal einer, es stellt sich nicht die Frage, ob der Zug schon aus dem Gleis ist. Der ist schon mit hoher Fahrt unterwegs. Also das ist jetzt nur in der Wahrnehmung so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil egal, wo man hinguckt, überall sieht man nur noch die Pandemie und Covid-19. Aber das andere Thema wird kommen. Insofern werden wir da auch an die Gespräche in der naher Zukunft auch wieder anknüpfen. Wenn wir vielleicht als letzte Frage hier aus der Runde, was waren jetzt deine persönlichen Learnings aus den letzten Monaten, wird es irgendwelche Veränderungen mit Blick auf zukünftige Krisen bei euch geben? Also wir sind jetzt ja Ende 2020, ich habe ja gesagt, wir sind mit 1,7 Milliarden in die Krise gegangen. Wir sind mit 3,4 haben wir das letzte Jahr abgeschlossen. Und wir hatten Cash Burn von der Milliarde, lässt sich ja leicht nachrechnen, was uns gelungen ist, also mit unserer Strategie an Liquidität zu heben. Im Umkehrschluss muss man einfach sagen, wir haben vieles richtig gemacht. Insofern, was sind jetzt die Lessons learned? Das ist eigentlich, muss man sagen, ein Stück weit eine Bestätigung dessen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Was sicherlich geholfen hat, war diesen alten Weisheiten Cash is King. Auch so etwas altbackenes wie goldene Bilanzregel, also saubere Tilgungsstrukturen, nicht alles zu kurz finanzieren und vielleicht den Zinsaufwand zu optimieren, sondern langfristige Assets auch langfristig zu finanzieren. Und ansonsten die Themen, die wir ja schon immer beherzigt haben, Diversifizierung, Vermeidung von Abhängigkeiten, Transparenz, Kontinuität. Und das sind Themen, die uns wirklich durch die Krise begleitet haben und Cornerstone des Erfolgs am Ende waren, aber jetzt nicht unbedingt neue Werte bedeuten. Also insofern kann man jetzt eigentlich nicht sagen, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Der Weg war zumindest für uns also der richtige, den wir eingeschlagen haben. Prima. Ja, also es ist ja auch die Bestätigung der Werte, die ihr im Unternehmen habt, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. An der Stelle würde ich jetzt den Paul Kuhn, unseren Head of Debt Capital Markets, mit dazunehmen. Paul, Kapitalmarkt, wichtiges Thema für dich. Wie hat es sich denn aus deiner Sicht 2020 dargestellt? Gute Frage und eigentlich schon in vielschichtiger Art und Weise für mich sehr, sehr gut beantwortet. Denn auf dem Leben heraus und mit Beispiel Transaktionen, die realisiert wurden. Und ich glaube, an der Stelle vielleicht nur eine kleine Ergänzung daher. Was kann man herausstellen? Also die Märkte ist, glaube ich, ganz wichtig, mal auseinanderzunehmen, den großen Bondmarkt und den Schuldschein-Darlehensmarkt. Der Schuldschein-Darlehensmarkt hat sich im Vergleich zum Bondmarkt um ein Drittel reduziert. Also genau das, was Fraport hier erfahren hat, dass man einer der letzten war, dass die Investoren wirklich große Themen mit sich selber auch hatten. Ich komme gleich im weiteren Detail darauf zu sprechen, wie sich der Markt entwickelt hat. Einfach die Tatsache, die einfachen Zahlen, ein Drittel weniger. Der Bondmarkt dagegen hat sich von 420 Milliarden auf über 500 Milliarden nach oben hin entwickelt. Hat einen Rekord ja, wie gesagt, historischer Natur erzielt. Liquidität war da. Warum war das so? Ist natürlich eine sehr naheliegende Frage. Und da ist sicherlich die ultralockere Geldpolitik der EZB zu nennen, mannigfaltig. Aber sicherlich als wichtigste Argumente und Zeichen dieser Überliquidität ist das CSPP-Programm, also das Corporate Sector, impliziert ja schon, wo das Geld ja hin soll. Der EZB Corporate Sector Purchase Program mit 2 Milliarden pro Woche. Allein pro Woche kommen da das Nachfrage rein. Darüber hinaus natürlich PEP auch nochmal, also dieses Pandemic Emergency Purchase Program, was die grundsätzliche Finanzierung, Liquidität im Markt sicherstellt. Das sind ganz, ganz wesentliche Aspekte. Und last but not least sicherlich, dass die Investoren im Bondmarkt hier auch eine positive Rendite nach wie vor finden. Also viele Investoren, die in der Vergangenheit Sicherheit suchten, haben festgestellt, viele, gerade große Corporates, Investment-grade Corporates, sind hier global aufgestellt, sind hier Krisen auch resistent trotz aller Schwierigkeiten, wohingegen auch Länder, ganze Volkswirtschaften nicht unbedingt so viel besser sind. Und deswegen war dieser Run weg von SSAs, also eben auch öffentliche Hand und Länder, wo keine positiven Renditen generiert werden konnten, haben viele Investoren dann auf der Corporate-Seite wirklich ihr Heil gefunden und gut investieren können. Also das war mit Sicherheit einer der Hauptgründe für die große Liquidität auf der Corporate-Bond-Seite. Ja und zum Schuldschein-Darnehmensmarkt. Michael Schütt hat es ja schon erwähnt, die Investoren, am Ende des Tages Loan-Investoren, viele Banken haben an sich erstmal ein Thema mit negativer Verzinsung, den Einständen. Das ist Markt, Usus nach wie vor, die meisten Emissionen, jetzt an der Stelle schätzen 80%, vielleicht 95% sogar der Emissionen, haben im Einstand ein Cap. Das heißt, der Mitz vor drei, fünf Jahren von minus 0,4 wird da einfach nicht weitergegeben. Und das macht diesen Markt sehr unattraktiv und führt dazu eben, dass nicht nur die Investoren sich ein Stück weit so gehalten haben, ihre eigenen Hausaufgaben, ihre eigenen Kunden vor Ort, gerade diese sehr wichtigen Sektoren auf der Investorenseite, da ist Sparkassen, haben sich selber wirklich mit diesem Thema beschäftigen müssen, mussten sich organisieren. Homeoffice, sicherlich bei einer Sparkasse, ganz anderes Thema als vielleicht bei einer großen Institution. Das war eine Herausforderung. Hier hat man, wie gesagt, dann auch ein Stück weit auf die Bremse getreten und dann natürlich die Emittenten. Auch die typischen Schuldschein-Darlehens-Emittenten haben keine großen Investitionen getätigt, keine M&A-Aktivitäten, haben das Geld zusammengehalten, guten Cashflow eigentlich noch gehabt, sodass da auch der Finanzbedarf bei diesen typischen Schuldschein-Darlehens-Emittenten bei Weitem nicht so ausgeprägt war wie bei den großen Corporates, die sagten, ich habe strategisch die Möglichkeit, hier sehr, sehr günstig, sehr lange Geld einzunehmen bei der Liquidität. Also gehe ich raus, mache es. Und das spiegelt sich, wie gesagt, im Rekordjahr über 20% plus Bond, ein Drittel weniger. Und das sind wirklich harte Zahlen für die, die in diesen Märkten dann aktiv sind, wie wir, auf der Schuldschein-Darlehens-Seite auch sehr, sehr gut unterwegs sind, zu sehen, dass der Markt zerbröselt sozusagen um ein Drittel. Also noch ein bisschen mehr ergänzt, sorry, aber ich glaube, das passt soweit. Ja, aber wie unterscheiden sich jetzt Bond und Schuldschein-Märkte im Moment? Unterscheiden, ja, auch das sofort in aller Kürze, vielleicht einfach nur in einem Satz. Diese Entwicklung aus 2020 setzt sich nahtlos vor, vielleicht sogar verschärft. Schuldschein-Darlehens-Markt minus 50% year-to-date. Und wir haben Ende Quartal, heute. Und das zu sehen, ist auch wieder schmerzlich und auch unvorstellbar. Denn, wie gesagt, auf einer neuen Basis von minus 30%, nochmal minus 50% zu sehen, ist einfach sehr, sehr hart. Bond-Markt, wieder das Gleiche, wieder ein neuer Rekord. Quartal 1, 2021, wie gesagt, ein Rekordjahr, ein Rekordquartal und ein super Start ins neue Jahr bei den Bonds. Die Unterschiede, was produktseitig angeht, Investorenbasis, das bleibt eigentlich Standard zu dem, was es immer war. Der Schuldschein-Darlehens-Markt eher vorteilhaft für kleinere Beträge, klein nach Kapitalmarktmaßstäben. Also 200, 300, 500 Millionen Emissionen kann man hier sehr gut strukturieren, kann mehrere Laufzeiten verbinden. Also so mit Fälligkeit, Thematik rausnehmen für den Emittenten in 3, 4, 5, 7 Jahren. Das ist nicht ein Bullet mit 500 Millionen. Eine Fraport kann eine 800 Millionen Fälligkeit zu einem Zeitpunkt sicherlich stemmen. Ein typisches, normales Corporate oder ein normales Unternehmen wird da nicht so ohne weitere solche Beträge dann in der Refinanzierung in Zukunft auf einen Punkt stemmen können. Also das ist ein Riesenunterschied nach wie vor, dass der Bond, um erfolgreich zu sein, Mindestvolumina, diese Benchmark-Sizes braucht. Fraport, tolles Beispiel. Wir haben hier einen Teil dieser Emissionen, war ja ein Tab, um auf über 500 Millionen oder auf 500 Millionen zu kommen. In dem Fall über 500 Millionen. Ein Tab bedeutet, man hat hier eine Mindestliquidität im Sekundärmarkt, was vielen, sehr vielen Investoren sehr wichtig ist. Nur dann kommt man in diverse Eyeboxes beziehungsweise in die Notwendigkeit, auf der Investorenseite da auch zu investieren. Das steigert die Nachfrage. Das heißt, nur wenn wirklich große Beträge dort auf einen Schlag emittiert werden, dann macht auch ein Bond Sinn, weil nur dann ist er auch attraktiv. Sicherlich auch noch die anderen Punkte aus der Vergangenheit. Ein Bond hat eine ganz andere Dokumentation, hat 200, 300 Seiten, hat einen ganz anderen Prozess, hat eine andere Visibilität. Verpflichtungen, der Ad-Hoc-Meldepflicht und dergleichen. Ein Unternehmen, was noch nie einen Bond emittiert hat, steht da an der Stelle, bevor es diese Alternative hat, Bond versus Schuldschein-Darlehen, wirklich vor einem Riesenberg. Das macht man nicht einfach nur, um 0,5 Basispunkte oder Prozent zu sparen und kann den Bond-Markt ansprechen und die große Liquidität hier in Anspruch nehmen, sondern eben muss weiter und verändert den Schuldschein mit den Vorteilen schlanker Doku, wie gesagt, des kontrollierten Prozesses. Alles etwas ruhiger und kleiner für sich dann eben nutzen. Also alte Unterschiede in einem sich weiter verschärfenden globalen Unterschied zwischen den Märkten. In dem einen Überliquidität, in dem anderen ausgeprägte Passivität. Ich gucke immer so ein bisschen nach links, weil mein Bild so ein bisschen nach rechts so orientiert ist. Sorry, ich hoffe, das irritiert die Zuhörer, Zuschauer nicht. Aber ich bemühe mich, etwas mehr in die Kamera zu schauen. Michael, ihr wart ja jetzt in den letzten zwölf Monaten zweimal im Bond-Markt tätig, habe fast zwei Milliarden gehoben. Ist der Bond jetzt die Alternative für euch? Also für den Moment, ja. Also so wie der Herr Kuhn ja sagte, wenn der Schuldscheinmarkt im Moment nicht so offen ist, wie es in der Vergangenheit war, dann ist das natürlich für uns das Produkt, das wir weiter verfolgen. Also wir können uns damit jetzt etwas Zeit lassen, weil zwei Milliarden innerhalb eines so kurzen Zeitraums, das ist natürlich schon mal ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Also wir haben es jetzt geschafft, unsere Liquidität auf über vier Milliarden zu heben. Unsere Reserven, also wir finanzen mal die Firepower inklusive Linien etc. Also das bringt uns erst mal, selbst wenn wir jetzt hier alle in Finanzbereichen Sympathical machen, also da können wir erst mal lange Urlaub machen. Zu Hause auf Balkonien wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Ein Spaß beiseite. Also wir könnten also erst mal, bräuchten jetzt mal lange nichts zu tun und kommen mit diesem Liquiditätspuffer hin. Aber wenn wir wieder kämen, der Markt ist noch nicht offen, dann würden wir sicherlich nochmal in den Bond in die Richtung gucken. Paul, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie siehst du denn die Entwicklung der Kapitalmärkte? Ja, die Entwicklung beziehungsweise kleiner Outlook sozusagen folgt einfach der gesamtwirtschaftlichen Lage. Ich glaube, es ist fair to save. Wir haben es gestern einen Rekord im DAX gesehen, beziehungsweise die Tage über 15.000 Punkte. Das folgt auch im Kapitalmarkt oder in den Kapitalmärkten, sowohl Bond als auch Schuldschein, diesem Trend. Also Zuversicht ist da, fortgesetzte Konjunktur, Aufschwung wird erwartet. Entsprechend die Hoffnung, dass alles sehr schnell, sobald Covid wirklich weniger ein Thema ist oder auch die Impfungen Wirkung zeigen und wir ganz andere Prozentsätze in der Bevölkerung als geimpft erachten werden können oder betrachten können. Insofern, da ist viel Hoffnung. Wir sehen definitiv im Schuldschein-Dalens-Bereich eine Trendwende, einfach weil die Emittenten jetzt auch sagen, gut, wir sehen da nach wie vor Bedarf, müssen strategische Liquidität zu günstigen Konditionen besorgen. Auch im Schuldschein ist es halbwegs attraktiv, wie gesagt, nicht ganz so übertrieben wie im Bond. Aber da gibt es eine Trendwende. Wir haben jetzt auch einiges in der Pipeline, um die Investoren an der Stelle, die da sind, die jetzt wirklich auch verstärkt auf uns zukommen, sagen, wann kommt ihr mit der nächsten Emission wieder? Wir haben jetzt Lust und Zeit und Appetit und Hunger. Also das ändert sich von der Seite und auch gefühlt auf der Emittentenseite der ein oder andere Anruf mehr, was Interesse signalisiert. Und da sind wir eben jederzeit genau dafür da, um Unterstützung und Ausblick und Einblick in den Markt zu geben. Bondmarkt, keine Trendwende, es bleibt sehr attraktiv. Wir gehen sogar per Jahresende, vielleicht so ein kleiner Ausblick jetzt an der Stelle, bei den Volumina nicht auf ein neues Rekordjahr oder schätzen da eher 420, vielleicht 430 Milliarden, trotz sehr, sehr guten Starts. Das heißt, etwas weniger. In Milliarden beträgen sicherlich viel weniger als in den letzten Jahren, trotzdem historisch eines der besten Jahre. Liquidität ist da, wird da bleiben. Und beim Schuldschein gehen wir eigentlich von etwa 20 Milliarden unverändert. Also das schon seit über einem halben Jahr, unsere Einschätzung für 2021 gehen wir davon aus und haben auch letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte nach dem sehr, sehr schwachen Start bereits letztes Jahr einen guten Wiederauftrieb gesehen. Und das erwarten wir definitiv für dieses Jahr, auch spüren diese sogar zum Teil. Also insofern keine großen Veränderungen beim Bond, positive Veränderungen beim Schuldschein. Schaue ich ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht kannst du noch kurz was zu unserer grünen Debüt-Benchmark-Anleihe sagen, die wir ja selber begeben haben. Grün, the trend? Was würdest du sagen? Ich würde das nicht mehr als Trend bezeichnen. Ich glaube auch, das hat Michael Schöth seit Zutreffen bereits geschrieben. Es ist eher ein fels in der Brandung. Also der ist da, der ist jetzt vielleicht bei Hochwasser nicht ganz so visibel, aber der ist da, der liegt da und wird auch da liegen bleiben. Und wir kommen nicht mehr drumherum. Die Frage ist halt nur, wie intensiv werden wir das in Transaktionen einarbeiten? Wird das ein IHG-Linked, was der neueste Trend ist oder der starke Trend auf der, zumindest Schuldschein-Darlehensseite, auf der Bond-Seite aber eben auch, dass man sich an KPIs orientiert, also eben Parameter findet und sagt, damit beweise ich euch, dass ich grün und gut und nachhaltig unterwegs bin. Oder ist das wirklich mit einer Second-Party-Opinion, mit einer Rating-Agentur, wo man eben die Taxonomy, also ein ganzes Framework schreibt, Taxonomy-konform agiert. Und hier beispielsweise in der Mittelverwendung deutlich stärker sich committet. Das sind halt eben Trends. Wir sehen auf der, wie gesagt, Schuldschein-Darlehensseite definitiv den Trend zu IHG-Linked. Aber ob IHG als solches ein Trend ist, die Frage, die gibt es, sollte es nicht mehr geben, sondern es ist wirklich here to stay. Und der Ansatzpunkt war ja unsere eigene Debüt-Emission. Wir haben neben der eigenen, der Bayern LW, auch die DKB und die Bayern Labo im Konzern, alle drei Emissionen zwischen Social und Grün dieses Jahr bereits begeben. Das heißt, wir sind da fast in einem Hattrick-Modus, wenn man so möchte, oder ein Triple-Modus, wo wir jetzt innerhalb kürzester Zeit, wie gesagt, mit allen Bereichen oder Konzernteilen in den Markt gegangen sind und wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also Investoren schätzen das. Es ist schwer, einen Preisvorteil dazu generieren und zu bestätigen von fünf Basispunkten per A beispielsweise. Das ist schwierig. Aber gefühlt ist deutlich größere Nachfrage viel mehr Investoren, die man hier ansprechen kann. Und die Bedeutung auf der Investorenseite steigt von, sozusagen Tag zu Tag, aber von Monat zu Monat mit Sicherheit und spiegelt sich in der Attraktivität der Gesamtemission am Ende des Tages auch wieder. Ja, herzlichen Dank an die Runde. Ich schaue gerade auf die Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber. Ich gebe mal jetzt an Christoph. Vielleicht haben wir noch was in der Fragerunde oder können da noch was klären. Ja, herzlichen Dank. Erstmal herzlichen Dank an Herrn Schütt für den Einblick in das unternehmerische Handeln der Fraport in Zeiten der Krise und genauso auch an den Paul für den aktuellen Einblick in das Kapitalmarktgeschehen. Hier tun sich tatsächlich einige Fragen auf. Ich versuche mal ein paar rauszupicken, die vielleicht besonders spannend sind. Herr Schütt, wenn ich darf, die Frage, die hier gestellt wird, ist, wie parkt eine Fraport die enormen Liquiditätsreserven in Zeiten von Negativzinsen? Es ist ein ganz, ganz trauriges Thema. Also ich würde mir wünschen, wir können an der Stelle auch über Wasser laufen. Aber das ist leider nicht der Fall. Und wir müssen genauso wissen, die Negativzinsen zu akzeptieren. Also die Funds, die wir jetzt gerade bekommen, die werden bei Banken untergebracht zu den üblichen Negativzinsen. Aus dem Dauer kommen wir leider nicht raus. Wir haben in der Vergangenheit ein Wertpapierportfolio aufgebaut. Das hat knapp 400 Millionen vom Volumen her. Also wir suchen weiterhin Wertpapiere. Aber der Markt bietet da natürlich auch nicht allzu viel, was in unser Portfolio reinpasst. Insofern müssen wir uns damit konfrontieren, dass der Markt, also in den Laufzeitbändern, die wir haben, negative Zinsen nur anbietet und interpretieren die für uns als Funding-Nebenkosten. Also am Ende, ein Druck muss mit sterben. Und wir haben uns politisch entschieden, wir wollen nicht aus Liquiditätsmangel sterben, sondern wir nehmen eher in Kauf, dass der Preis für die Liquiditätshaltung dann eben ein hoher ist, dieser Tage. Ja, herzlichen Dank. Der Problematik sind Sie natürlich nicht alleine. Eine weitere Frage. Sie hat betont, dass die Fraport bis jetzt bewusst auf ein Rating einer externen Agentur verzichtet hat. Die Frage hier im Zuhörerkreis oder Zuschauerkreis war nochmal, ob denn ein Rating nicht doch einen deutlichen Refi-Spread-Vorteil ergeben würde, der es dann lohnenswert machen sollte. Die Frage ist durchaus berechtigt und auch richtig. In der Vergangenheit war es eigentlich eine philosophische Diskussion. Also wie hoch ist eigentlich der Malus für das Nicht-Vorhandensein eines externen Ratings? Und die Schätzungen waren immer so bei 0,1, vielleicht 0,2. Also das hat für uns nicht die Nachteile aufgewogen, die wir mit dem Rating in Kauf nehmen. Und die Aufstiege jetzt sind aber höher geworden. Also das haben wir sehr wohl wahrgenommen. Also man sieht das ja auch im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche, ob das in Paris ist oder in Holland. Da gucken wir mal hin. Die finanzieren sich deutlich günstiger, sind von den Kennzahlen natürlich auch besser, aber sie finanzieren sich doch deutlich günstiger als wir. Insofern ist das ein Thema, was bei uns auf dem Schirm bleibt und was wir fortlaufend beobachten. Aber wir merken, die Einschläge kommen näher und wir müssen uns und wir haben uns auch damit beschäftigt. Ja, vielen Dank. Da ist der sozusagen Prozess bei Ihnen noch nicht abgeschlossen. Eine letzte Frage erlaube ich mir noch, dann wollen wir auch pünktlich schließen. Sie hatten auch betont, dass gerade der öffentlich-rechtliche Hintergrund der Fraport auch in diesen Zeiten natürlich von besonderer Bedeutung war. Die Frage hier sozusagen im Zuschauerkreis war, wie hat sich denn dieser öffentlich-rechtliche Hintergrund in der Krise in Anführungszeichen positiv bemerkbar gemacht? Also, wir haben in unseren Dokumenten keine Change-of-Ownership-Clause. Also, da haben wir immer drauf verzichtet. Wir wollten das nicht. Sagte mal einer, das ist auch schön, wenn man nicht regelmäßig an die Tanke muss, um beim Scherwolder anzuklopfen. Das war aber unser Ziel, dass wir ohne irgendwelche Unterstützung durch die oder über die Runden kommen. Also, schon immer. So, und wir haben ja auch beobachtet, wie unser Aktionär, wie die Lufthansa sich verhalten hat. Die mussten jetzt in der Krise durch ein Rettungspaket gerettet werden. Das wollen wir nicht. Bei uns sind es ja schon investiert, die Hessen und die Stadt Frankfurt. Also, insofern gibt es da, also weiß das jeder Investor, also sollte mal irgendwas sein, dann ist die Bereitschaft auf der öffentlichen Seite mit Sicherheit gegeben. Weil das macht ja keinen Sinn, die Lufthansa zu retten und uns irgendwie verhungern zu lassen. Also, wir sind jetzt weit entfernt davon. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben umfangreich Einsparungsrunden etc. Wir sind sehr gut positioniert, wenn es wieder aufwärts geht. Aber das war einfach ein psychologischer Moment zu wissen, auch auf der Kapitalmarktseite. Also, wenn es mal hart auf hart kommt, dann wird es da sicherlich eine Lösung geben, wie auch immer die aussieht. Aber wie gesagt, wir haben es nicht gebraucht und wir wollten diese Karte auch nicht ziehen. Ja, herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, nochmals vielen Dank an euch drei für das spannende Gespräch, für die spannende Unterhaltung. Ich bin mir sicher, dass es unseren Zuschauern gut gefallen hat. Man sieht es an den Fragen. Ich will es mal so schließen. Ich glaube, wir haben gelernt, dass die Fraport AG als Anbieter essentieller Infrastruktur sehr gut, auch wenn es anspruchsvoll ist, ohne Zweifel, durch diese enorme Krise kommt. Insbesondere und auch mit dem Hinblick natürlich auf einen öffentlich-rechtlichen Hintergrund, aber noch mehr vielleicht auch als Anbieter essentieller Infrastruktur. Wir haben auch gelernt, dass ein Liquiditätsmanagement und ein frühzeitiges, proaktives Handeln von besonderer Bedeutung ist. Genauso wie eine, ich will mal sagen, konservative Herangehensweise an die Finanzierungsstruktur am stabilen Kernbankenkreis. Und ich will mal sagen, harmonisierte Kreditverträge. Gleichzeitig ist natürlich der Kapitalmarkt von enormer Bedeutung für Ihr Haus, für viele unserer Kunden. Und es hat sich auch gezeigt, dass hier die Flexibilität auch zwischen Schuldschein und Bondmarkt zu agieren, von großer Wichtigkeit sein kann. Und der Paul Kuhn hat, glaube ich, auch nochmal verdeutlicht, wie unterschiedlich die Entwicklung hier ist, derzeit. Das kann sich auch wieder ändern. Ich glaube, was Sie in Erinnerung behalten sollten, ist, dass wir hier von der Bahn LB, was Debt Markets angeht, in jeder Zeit proaktiv zur Hilfe sind und sie unterstützen werden und auch die entsprechenden Marktzugang und Investorenzugang haben. Ja, mit diesen Worten will ich es belassen. Nochmals ganz herzlichen Dank, auch ganz herzlichen Dank an die Zuschauer und an die zahlreichen Fragen. Die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, werden wir bilateral versuchen zu beantworten. Und darüber hinaus, wie bereits eingangs erwähnt, werden Sie diesen Livestream hier auch im Nachhinein nochmal online nachverfolgen können. Ja, mit dem will ich schließen, aber nicht, um darauf hinzuweisen, dass wir einen weiteren spannenden Corporate Talk angesetzt haben. Auf den 6. Mai, bitte schon mal im Kalender markieren, das Thema und den Kunden werden wir dann zum entsprechenden Zeitpunkt noch bekannt geben. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass es wieder eine sehr spannende Sache sein wird. Also bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns auf den fortgesetzten Austausch. Und mit diesen Worten aus München, schönen Abend. Tschüé! donuts